Hallo, ich bin Duschan Wegner. Heute wage ich es, Wegners Rasiermesser vorzuschlagen. Occams Rasiermesser nennt man das Prinzip, wonach jene Erklärung besser ist, die mit weniger Erklärschritten, variablen und stützenden Hypothesen auskommt. Hanlons Rasiermesser besagt, schreibe nicht übler Absicht zu, was durch Dummheit hinreichend erklärt ist. Ich schlage heute Wegners Rasiermesser vor. Wenn Mächtige eine Situation zu ihrem Vorteil nutzen, belegt das nicht, dass sie sich dazu verschworen hätten, diese Situation herbeizuführen. Mächtige und Superreiche sind dadurch mächtig und reich, dass sie sich über Jahre, Jahrzehnte und teils über Generationen hinweg auf die Kunst verstehen, so gut wie jede Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, es gibt schmutzige Geschäfte, aus denen die da oben ihren Vorteil ziehen, aber nicht jede Situation, aus der die ihren Vorteil ziehen, war von denen geplant. Verschwörungstheorien machen es den Mächtigen einfacher, von ihren Handlungen abzulenken. Die da oben können sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, dass wir das so wollten, es ist falsch und nicht zu belegen. Ende der Debatte. Damit aber hätten sie von ihrem tatsächlichen Handeln abgelenkt. Nur weil die da oben eine Situation nicht aktiv herbeiführten, oder wir es ihnen nicht nachweisen können, heißt das nicht, dass sie die Situation nicht schamlos und zynisch ausnutzen. Lasst uns kritisieren, was die da oben wirklich tun. Es ist ja genug Kritikwürdiges da. Seid nicht wie die Schwindler, Lügner, Journalisten, die haben ihren Lohn schon gehabt. Es gilt, auch heute, prüfe alles, glaube wenig, denke selbst. Und weiter, prüfe, was deinem Weltbild widerspricht. Und jenes, das auffällig gut in dein Weltbild hineinpasst, das prüfe doppelt.